Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages, man können zu zeigen? Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung Bayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lucaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General. Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Ah, Kelschua. Ein Ort von Taschendieben, Kollaboratoren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Passt auf dich auf. Verstanden. Hier entlang, Monsieur. Die Asche ist noch warm. Die Asche ist noch warm. Die Asche ist noch warm. Hey. Na los, mach Reinholds auf ihn. Wollt ihr mehr? Der blutet wie ein angestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Wer ist fertig? Bleib unten, dummer Penner. Ja. 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 Ich sage euch, wo tot und begraben und wo kein Gesetz ist, müssen die Leute aufstehen. Aufstehen und kämpfen und ihr Recht zurückholen. Sie sagen euch, es war niemals besser. Sie sagen euch, England macht Fortschritte. Was hat euch der Fortschritt gebracht? Abscheuliche Slubs, manche nicht mehr als ein paar elende Baracken. Lange Stunden in Fabriken für einen Hungerlohn. Und eure Basse sagen euch, dass sie für ein paar Fans aus Frankfurt sein müssen. Kinder schützen sich zum Wunde in der schwarzen Hölle der Mühlen. Deinem Wegen ist sie tot! Wollten sie sich ihre Hände nicht schmutzig machen? Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Wir sollten durch diese Tür gehen. Sollten sich viel Fragen machen können. Ich brauche nicht, was ich leider nur auf dem Kopf des Schlüssegerust ist. Ibert schütze. Ich versuche es aus dem Kopf zu mir zu machen. Ich schlade dich. Ich werde mich nicht mehr als einatmen. Ich werde mich nicht mehr als einatmen. Es war meine Worte zu sein. Ich werde mich nicht mehr als einatmen. Durasst nicht mehr als einatmen. Ich werde mich nicht mehr als einatmen. Hey! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Spassfurt. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Komm schon los. Nicht verschüchtern. Ich hab's nicht eigentlich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Schatz. Äh, ich, ähm, äh, ja... Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gerne. Ich hab ihn zuerst gesehen. Ist es so offensichtlich? Seien Sie ehrlich, es war die Nasen, nicht wahr? Oh, die ist wirklich besonders schön. Sie wissen, was man über große Nasen sagt. Die Füße. Nasen auch. Franzosen sieht man hier nicht. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell! Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib's dann her, Süßer. Ist das genug, Monsieur? Mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten. Nach oben mit euch. Bist du schon so weit, Süßer? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Hier lang, Schatz. Hier rein. Das ist das Falschelzimmer. Wo ist der Franzmann denn? Er ist da drinne. Mit seinem Freund. Hey, verschwindet er! Oh! Hallo! Tut mir, excusez, Madame. Hallo, Monsieur, was machen wir jetzt? Hier sind Eindringlinge, an die Waffen und los! Lafayette. Das war ein Stich ins Wespennest. Halten Sie Ausschau, Maki. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Das war ein Stich. Das war ein Stich. Heute beginnt eine neue Ära des Wohlstands. Heute führt unser Empire den Vormarsch des Fortschritts an. Die Armee und die Ritter unserer Majestät wachen aufmerksam über unser Vaterland und kontrollieren die Bedrohung durch die Halbblüter. Die Vereintes Indien-Kompanie hisst unseren geliebten Union Jack auf der ganzen Welt. Während ihr mit euren Kindern den Segen eurer täglichen Arbeit genießt, produzieren unsere Fabriken Güter, die England stolz machen. Mit jedem neuen Morgen strahlt die Sonne auf eine glorreichere Zukunft unseres Empires als jemals zuvor. Eine Zukunft, von der ihr ein Teil sein könnt. Jeden Tag ergreifen normale Bürger ihre Chance auf ein Morgen voller Reichtum und Wohlstand. Ihr könnt die Nächsten sein. Also frage ich euch, Kinder Britanniens, leistet ihr euren Teil zum Wohle Englands? Bringt dem Empire Ehre! Die Fürsprecher der Londoner Gruppen haben sich getroffen und berichten folgendes. Die gestrigen Ereignisse in Mayfair haben erneut unseren Verdacht geweckt. Der Krieg ist vor unserer Haustür zurückgekehrt. Die Halbblüter haben zum ersten Mal seit Jahren ihre Gegenwart offengelegt und einen Grund geliefert, den Rittern zu erlauben, durch die Straßen zu patrouillieren. Der Orden hat sich in letzter Zeit viele Freiheiten herausgenommen, die wir mit Zurückhaltung betachten. Wir müssen vorsichtig sein. Eine solche Zuschaustellung des Einflusses einer mächtigen Organisation wie diese kann zu unerwünschten Resultaten führen, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Unglücklicherweise gibt es wenig, was Commissioner Doyle bei diesen Angelegenheiten tun kann. Die Berichte wurden aktualisiert und versiegelt. Wir werden die Ereignisse weiter beobachten, während sie sich entwickeln. Seid, was der Umfeld eine große Rollepplegesetz? Auf keinen Fall war's! Auf keinen Fall war's! Mit der Umfeldk Pharise abgesagt wird! Das war's für heute. Das ist das Wichtigste. ich halte einfach nach beiden die augen auf ich meine ins ritter sind brauchen wir da nicht hilfe natürlich sagen wir bescheid wenn wir da unten irgendwelche schwarz machen bedenken jetzt das auch für bobbies ja wenn es nur ein paar sind erschießen wir sie und fertig wenn es mehr sind keine ahnung dann schießen wir auch halt einfach die klappe und passt gut auf erledigt sicher vielleicht haben sie recht wir müssen einen anderen weg zum krankenhaus finden ihr führt ein weg hinaus die augen offen wir wollen nicht für weitere um hohe sorgen sehen sie monsieur diese königin hat gott nicht beschützt lafayette absolut sie sie Erledigt Rebell neutralisiert Rebell neutralisiert Rebell neutralisiert Feind erledigt Rebell neutralisiert Lafayette, nimm Sie die Straße. Oui. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis venu. Je suis venu. Je pense que des combats sont en train. der weg ist blockiert durch das gebäude erledigt sieben neutralisiert Das war nicht ohne. Verstanden, Marquis. Ich brauche mehr Munition! Flinkenschütze erledigt! Ich brauche mehr Munition! 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 Ah, verdammt. Scheiße. Verdammt. Ja, genau hier! Ich hab... Halt! Hölle! Wir müssen weiter und runter von der Straße. Wir müssen weiter und runter und runter und runter. Okay. Possible. Possible, hörst du mich? Hat keinen Sinn, Monsieur. Die Gebäude blockieren das Signal. Der Fluch des Fortschritts. Ihr Monokular. Ich kann unser Ziel sehen. Das Krankenhaus ist zweimal westlich. Sehen Sie unsere Kameraden? Noch nicht. Da. Das müssen sie sein. Na, machen wir mit? Sollen wir ein paar Freunde einladen? Luftkommando, hier ist Galahad. Ich brauche Antwort von allen in der Gegend um Whitechapel. Luftkommando, hier ist Galahad. Hören Sie! Wir haben hier nicht das Kommando. Der Lord Kanzler wird verärgert sein. Lafayette möchte nicht vor das Kriegsgericht. Darum kümmern wir uns später. Sir Galahad, hier ist Sentinel 5. Wir sind drei Wegstunden nordöstlich von Whitechapel. Warten auf Anweisungen. Sentinel 5, hier ist Galahad. Wir brauchen hier Luftunterstützung. Bestätigen Sie, Sir Galahad. Wir signalisieren blau-hoden im Abstand von einer Sekunde. Wir bitten um Sichtbestätigung der Kursänderung. Weh. Wir brauchen hier Luftunterstützung. Weh. Über das ist die Verwaltigung. Das ist die Luftunterstützung. Wir brauchen die Luftunterstützung. Wir brauchen einen Luftunterstütz. Sehen Sie das Luftschiff, mein Freund. Sir Galahad, hier ist Sentinel Föhn. Wir haben Sichtbestätigung ihrer Position. Kurzänderung auf 2,24 Grad. Erreichen Wasserschleife über Whitechapel in 8 Minuten. Sentinel Föhn bestätigen. Warten Sie vor Ort auf Befehle. Dann los! Der Gestank der Pestilenz. In Pariser Slums riecht es nach Dose, nehme ich an. Merde riecht wie Merde, Monsieur. Überall auf der Welt. Merde riecht. Merde riecht. Lafayette! Keine Sorgen, Monsieur. Wir geht's gut. Sollten wir jetzt nicht bessere Halbblüter jagen? Geduld, Marquis. Dieses Wort Geduld, immer Geduld. Ich steine nach! Ich bring den Passstart um! Gib mir Denkung! Ja, nicht aufhören! Na, du na! Lass das, Jimmy! Bewegung! Mit Denkung! Los, ich geb' Feuerschutz! Los! Ja, Sir! Los, auf jetzt! Los! Dann kamte Bobby! Ich muss nachladen! Boah, schau! Gehen wir Deckung! Gehen wir Deckung! Du Splitter raus! Lanatte! Gehen wir Deckung! Gehen wir Deckung! Rebell erledigt! Muss nachladen! Gehen wir Deckung! Los! kannst du ziehen sie den kopf ein hey noch was gezischt was wir sind auf widerstand gestoßen die rebellen sind besser bewaffnet als wir dachten schon mal gesehen das ist von uns wo habt ihr das gefunden mir nach hier ist genug feuerkraft für eine kleine armee einiges davon wurde für den orden hergestellt die grain hat sogar eine bogen kanone gefunden wir haben etwas von unserem inventar verloren haben wir nicht hier hilfe mal damit mal sehen was drin ist was habt ihr gefunden sxm 86 der mietgewehr sind es seit ein paar wochen im einsatz das hier ist nicht mal zugewiesen wie sind die rebellen da dran gekommen das werde ich schon herausfinden entschuldigen sie es ja man braucht sie oben unser stichwort ich glaube mordmoselle benötigt unsere aufmerksamkeit sind der position los jetzt wo habt ihr denn gesteckt wir brauchen verstärkung Die Regeln sind viel mehr als wir. Ich fliege es. Fiege es. Fiege es. Find the LAD. Fiege es. Es ist klar. Fiege es. 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 Da! Die Tür! Da kommt ihr durch! Inspektor! Nein! Wir müssen ihm helfen! Gebt mir Deckung! Ich bringe! Du musst uns Feuer stellen! Alles klar! Bringt ihn rein! Galahad! Helfen Sie mir, ihn reinzubringen! Nehmen Sie die Arme! Sagt der Monsieur! Ich hab ihn! Schnapp sie, bevor die Deckung sind! Nehmen wir ihn! Hier sind wir leichte Leute! Da kommt noch einer! Monsieur! Es sind nur noch ein paar Schritte! Alles klar! Ich brauche! Los! Hilf mir mit dem Regal! Das lief gut! Gellahad! Such einen Weg hier raus! Bin schon dabei! Wie schlimm ist das? Ein Lungendurchschuss! Und eine Kugel in den Magen! Ganz ruhig, mein Sohn! Alles wird wieder gut! Die Rebellen sammeln sich! Schätze, ich habe einen Ausweg! Alle Mann zurück! Ich zünde! Alle Mann zurück! Das war nicht so weit! Keine weiter! Das spielt keine Rolle mehr, Monsieur! Spalt dir das Beten, Lafayette! Es gibt keinen Gott, der ihm hilft! Los jetzt! wir sind nur ein paar hundert jahres entfernt und die verfluchten rebellen werden uns erwarten ja das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Ich bin nicht mehr so. Was jetzt? Lafayette! Monokular! Sie stecken hinter diesen Säulen! Wir müssen jetzt vorrücken! Die Schienen haben einen Schwachpunkt. Wenn ich da raufkomme, kann ich das Ding zerstören. Egraine, Lafayette, ihr müsst mir Feuerschutz geben. Possible pellet. Tell me! Keller hat! Wir müssen die Temmie-Position ausschalten! Ausgabe! Feind erledigt! Rebell erledigt! Geh' für meine Götze! Gellert nimmt Hermit und Spreng die Brücke Das Hermit ist platziert passt auf da unten Die Rebellen ziehen sich zurück Wir nähern uns jetzt dem Ziel Finde einen Weg zu uns Verstanden Die Rebellen ziehen sich zurück Hey wo ist der Kommandant? Da drüben Was machen die Ritter ihrer Majestin Warum ist das Gelände nicht gesichert? Wir haben da was gehört bleiben sie besser zurück Scheiß Sicherheit Hast du das gehört? Wo sind die restlichen Rebellen? Ja genau Es ist totenstill da stimmt etwas nicht Galahad hast du Ich hab's gesehen Was gesehen? Halbblüter Sie kommen vom Krankenhaus Müssen sie vertreiben Schnell Rufen sie es Sentinels 5 Hier ist Galahad Hören sie Unter Galahad Hier Sentinels 5 Wir sind bereit Sentinels 5 Wir fordern umgehend den Abwurf einer Sonarladung an Bestätigen Einsatz einer Golden Ladung Erbitten Sichtbarke zur Ziellokalisierung Verdammt Wer hat ein Transmitter? Hier Monsieur Mein Kommunikator Dann ist das Ding noch zu Postnutzer Marke wird anvisiert Anker wird gesetzt Grundeinsatz erfolgt in 5 4 3 2 In Deckung Alle Geräte aus Das ist unser Fenster Los Finden sie heraus woher diese Biester kommen Ich nehme die Rückseite Monsieur Die werden sie brauchen Vorsicht meine Freunde Immer doch Marki Immer doch Marki